Am Anfang sind die Hände vorne drin, sehr schön, die Knie noch ein bisschen hinterher, ja, weil ein Schulterklopfen, dann dass sie die Hände rausnehmen und dann gucken wir schön in die Kamera ausfallen. Beim zweiten Schulterklopfen, dann die Hände wieder zurück. Jetzt nicht die Hände wieder zurück. Ich konnte schon mal das Knie nicht weg. Ich werde auch nicht weiter zurück. Hmm, also die Hände Möbel schauen, was ich dafür nicht. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.